Wie lange kennen wir uns schon, Ken? Habe ich je ein Versprechen gebrochen? Ich bringe dich auf den Fahrersitz in Le Mans. Halt einfach die Klappe und lass mich mein Ding machen. Alles klar. Komm her! Morgen, Shelby. Morgen, Molly. Hey, weg mich. Fahr zur Hölle. Und das war's, Leute. Ferrari gewinnt die 24 Stunden von Le Mans zum fünften Mal in Folge. Mr. Ford, Ferrari lässt Ihnen etwas ausrichten, Sir. Was hat er gesagt? Er sagte, Ford baut hässliche kleine Autos in einer hässlichen Fabrik. Und er nannte sie fett, Sir. Wir werden Ferrari in Le Mans beerdigen. Also der große Carroll Shelby will ein Auto bauen, mit dem er Ferrari besiegt. Mit einem Ford. Korrekt. Und was hast du denen gesagt, wie lange du dafür brauchst? 200, 300 Jahre? 90 Tage. Ford hasstöpen wir uns, weil wir anders sind. Wir hörten, er sei schwierig. Ken? Nein, nein. Ken ist ein Schoßhündchen. Grauen vor uns ein Problem gibt, findet der Computer. Ich brauche Klebeband und ein Wolknoll. Was machen die da? Die machen ihr Auto schneller. Schon viel besser. Herr Miles ist kein Ford, Mann. Wir sind schon so weit. Und jetzt sagen Sie mir, wir kriegen nicht den besten Fahrer der Welt hinters Steuer? Nennen Sie mir einen Grund, warum ich nicht jeden feuern sollte, angefangen mit Ihnen. Nun, Sir. Wir sind leichter, wir sind schneller. Und wenn das nicht reicht, sind wir fieser. Also los, Carroll. Ziehen Sie in den Krieg. Du hast einen Plan. Ein hohes Kanten. Ich dachte, es geht darum, das verdammte Rennen zu gewinnen. Wenn das ein Schönheitswettbewerb wäre, hätten wir schon verloren. Aussehen ist nicht alles. Ich hab Service. Ich habика Humopf. Ich bin gut, es geht darum, das schön zu gewinnen. Ich bin gut, ich bin gut. Wir sind gut.